Bei saurem Aufstoßen oder Sodbrennen sollte man sich als Patient drei Fragen stellen. Erstens, wie häufig tritt das auf? Zweitens, habe ich sogenannte Warnsymptome? Das heißt zum Beispiel Schluckbeschwerden oder Gewichtsabnahme oder Blutungshinweise. Und drittens sollte man als Patient immer einmal Rücksprache nehmen mit einem, der sich damit auskennt. Das kann ein Apotheker sein, das kann aber auch der Hausarzt sein, um zu entscheiden, genügt hier eine symptombasierte Therapie oder muss ich eine weitere Diagnostik durchführen. Die häufigste Ursache für die Refluxkrankheit ist die Verschlussschwäche des Mageneingangs und da spielt die wichtigste Rolle das Übergewicht. Aber es gibt auch viele Patienten oder viele Menschen, die Refluxprobleme ohne Übergewicht haben. Allen gemeinsam ist die Verschlussschwäche zwischen Magen und Speiseröhre. Lovus Heilerde wirkt in erster Linie durch intensive Säurebindung. Die Säure im Magen ist das, was letztendlich in der Speiseröhre Symptome und im schlimmsten Fall auch Schäden in der Speiseröhre anrichtet. Und diese Säure wird durch Lovus Heilerde neutralisiert. Direkt Untertitelung des ZDF für funk, 2017